So, jetzt eigentlich, wenn es um die Umsetzung geht, möchte ich nur ganz kurz noch zwei Sachen anmerken. Einmal, Risikostreuung gilt in vielen, vielen Varianten und ist immer ein Mittel der Wahl oder sollte das Mittel der Wahl sein. Zum einen bezogen auf das Thema Lagerstelle, zum anderen bezogen auf das Thema Instrument. Man sieht es hier, Tagesgeldkonto, Wertpapier, es können Versicherungslösungen einbezogen werden. Sofern es notwendig ist, denn man muss sich leisten können, darauf zu verzichten, können auch steuerlich geförderte Altersvorsorgeinstrumente genutzt werden. Das heißt, hier findet schon mal die erste Streuung statt. Dann vielleicht, je nach Größe des Vermögens, noch über verschiedene Banken und so weiter. Und natürlich, bezogen auf das Thema Anlage generell, ja, also dieses Thema, der deutsche Aktienmarkt, 3% der Gesamtmarktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarkts. Und da gehört alles rein, nicht nur der DAX 30. Wenn ich mir davon zehn Aktien aussuche, da sind wir nicht auf der Ebene einer effizienten Risikostreuung. Das kann ein Mittel der Wahl sein, wenn man sagt, okay, ich möchte aber bewusst nochmal diese Einzelrisiken eingehen. Es zeigt sich aber eben einfach, dass insbesondere im Sinne einer langfristigen Strategie eine handwerklich saubere Streuung über viele verschiedene Anlageklassen, aber auch innerhalb jetzt als Beispiel, weil wir hier gerade sind, der Anlageklasse Aktien, einfach eine breite Streuung sinnvoll ist. Weil dieses Thema Einzelaktienrisiko gerade für Anleger im Bereich des Vermögensaufbaus häufig nicht händelbar ist und auch mit einem relativ großen Aufwand verbunden ist. Das heißt also hier, nicht nur auf Deutschland beschränken, nicht nur auf den DAX beschränken, breit streuen. Es gibt heutzutage, dazu komme ich auch nochmal, so viele effiziente Instrumente, wie man kostengünstig und mit wenig Aufwand sehr, sehr breit streuen kann. Man muss sie nur nutzen und wenn man selbst nicht weiß, wie es geht, dann holt man sich eben Hilfe, aber es macht keinen Sinn, Einzelaktienrisiken einzugehen und damit eben entsprechend vielleicht auch Risiken einzugehen, die über der Risikobereitschaft liegen. Zumindest nicht ausschließlich. Ich möchte hier jetzt nicht sagen, dass Einzelaktienanlagen kein Mittel der Wahl sind. Das können sie sein, aber man muss es dann eben bewusst tun. Das werde ich auch ganz oft gefragt und dann sind wir auch am Ende. Naja, aber woher weiß ich denn jetzt, wann der richtige Zeitpunkt ist zum Investieren? Da muss ich sagen, das weiß ich auch nicht. Weil wenn ich es wüsste, dann wäre es super. Ja, also muss man sagen, wenn man es nicht weiß und wenn alle ehrlich sind, dann weiß es ja niemand. Ja, wenn ich mir darüber im Klaren bin, dass ich es nicht weiß, dann sollte ich auch aufhören zu versuchen, zumindest auch hier wieder, ja, mit dem Croo meiner Anlage. Das heißt nicht, dass ich ab und zu auch mal kleinere Timing-Themen spielen kann. Aber mit dem Croo meiner Kapitalanlage sollte ich mich von dem Gedanken des Markttimings einfach verabschieden und sollte sagen, okay, ich baue mein Vermögen ratierlich vielleicht auf anhand eines Sparplans und nehme so eben dieses Timing-Risiko raus. Denn Sie sehen, wie schnell es gehen kann, dass Sie, wenn Sie nur die 25 besten Tage im Zeitraum von 1988 bis 2014 verpasst haben, liegen Sie schon unter dem europäischen Geldmarkt. Also muss man sagen, nicht besonders attraktiv. Und Erwartungsmanagement ist natürlich ganz wichtig. Ja, das ist das, was ich eigentlich schon indirekt gesagt habe. Wenn ich mein Vermögen kenne und meine Anlagen bewusst wähle und weiß, welche Inhalte ich in meinem Depot habe, weil ich durch meine Verpackungen schaue, auch bezogen auf meine Gesamtstruktur, dann kann ich viel besser mein Erwartungsmanagement betreiben und kann eben schauen, naja, statistisch gesehen, wie hat sich denn ein Portfolio mit meiner Verteilung, jetzt beispielsweise der blaue Balken, 50 Aktien, 50 Renten, statistisch gesehen entwickelt. Und da muss ich eben einfach damit rechnen, dass ich eine gewisse Standardabweichung habe, die hier eben bei knapp 3% liegt. Ja, und ich habe eben auch einfach mal Ausschläge, die bis minus 13, 14% gehen können. Ja, das heißt also, das ist sozusagen das Thema. Ganz klar, Erwartungsmanagement schon vorher damit beschäftigen, wie sich mein Portfolio wahrscheinlich entwickeln wird. So, Fazit. Das meiste habe ich gesagt. Es ist heute wichtiger denn je, Eigenverantwortung zu zeigen. Nichts tun ist etwas für Leute mit viel Geld. Ganz klar. Und gerade wir Frauen können es uns eigentlich nicht leisten, nichts zu tun, weil sich bei uns noch andere Faktoren ergeben, die es uns gerade im Ruhestand eben schwieriger machen. Stichwort Gender Pension Gap. Dazu finden Sie übrigens auf der Landingpage, die ich für Sie erstellt habe, auch noch nähere Informationen und auch eine aktuelle Studie. Gleichzeitig, das habe ich gesagt, ebenso indirekt, gibt es einfach heutzutage eine Vielzahl von unglaublich tollen, sehr effizienten Produkten am Markt, bei denen es eigentlich wirklich viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, als das noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Das heißt, die größte Herausforderung besteht für uns Anleger eigentlich darin, die richtige Strategie zu finden, die zu einem passt und die man durchhalten kann und die alle relevanten Faktoren mit einbezieht. Das ist sozusagen die neue Aufgabenstellung und die Aufgabenstellung besteht jetzt nicht mehr unbedingt darin, den Fonds zu finden mit den geringsten Kosten, weil da gehen Sie auf eine Plattform und dann zeigt die Ihnen den nämlich an. Was ist gute Beratung? Das brauche ich Ihnen eigentlich jetzt auch nicht mehr großartig zu sagen, denn Sie sind ja sehr informiert. Aus meiner Sicht ganz klar, sie sollte transparent sein, sie sollte nachvollziehbar sein, man sollte klar erkennen können, welche Interessen an welcher Stelle wie vertreten werden, wie das verteilt ist, welche Kosten anfallen und ich finde, gute Beratung erkennt man vor allem an der Vernetzung verschiedener Themenbereiche. Das ist ganz, ganz wichtig.